herzlichen glückwunsch an alle leute wird geburtstag haben und herzlich willkommen ich spiele heute mal wieder mech arena und ja mit meinen neuen mechtaut verschreibe ich da noch ein bisschen länger habe schon 800 a coins ausgegeben gehabt einmal um ihn hier nächsten lang zu geben und einmal gestern wegen einer quest da brauchte ich nochmal 40 coins da habe ich 480 a coins für benutzt um jedes mal 1000 coins zu kriegen schauen wann der nächsten mech kommt also jetzt müsste es jetzt müsste es glaube ich in 16 tagen sein wenn ich meine a coins nicht mehr anpacke aber ich weiß nicht ob ich das schaffe vielleicht kommt ab und an mal was ruhig dann sagt ach das muss ich machen das brauche ich ja gut wir spielen jetzt wieder wettbewerb ffa hat sich hier alles neu geändert oder alles verändert hier ein bisschen ist gut aus aber wir müssen jetzt die erste runde geht los wir starten mit das habe ich ja gespeichert habe ich ja gut mit ihm hier ab Get out of my way! For some blood! Well done! Butter! All damage! Identified! Ach, Mensch! Gegen eine Wand geschossen! Ach, Mensch! Schon wieder nicht getroffen! So, schnell hier rein! So, schnell hier rein! Identified! Fire! Unsoluble! Well done! Humiliation! Okay! Well done! Fluch! Incoming Fire! Encoming Fire! Unsoluble! Fluch! Unsoluble! Incoming Fire! Unsoluble! Noob Identified! Noob Identified! so steht wieder runter das nicht mehr das nicht mehr aber ich nicht dort Ah, der wäre jetzt dran gewesen. Aber sowas von wer dran gewesen ist. Supi, das war die erste Runde. Die Start war natürlich, haben wir auch gleich mit den Dingens gestartet. Mit meinem stärksten Mächte, den ich in der Dingens habe. In meinen Hangar gerade. So, schauen wir mal, Quiste, sehr schön, sehr schön. Wir sind ja schon fast fertig. Dann werde ich bauen, oh, 536, dann würde ich besser, es geht los, dann nächste Runde, viel Spaß. Okay, nee, nächste Runde geht los. Let's go. Ein Spur, nur dabei. Wir holen ihn hier. Ah, toll, bis dann. Supi. Gleich geht es mit dem nächsten weiter. Los, das schaffst du doch. Jawohl. Ich muss ein bisschen aufladen. 100, 100, okay. Ah. Nee, 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 nee. Und, warum, da geht's so. Mit dem wollte ich doch gar nicht gehen. Habe ich doch gerade schon gehabt. Na egal. So, erstmal hat Nelly weg. Boat. 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 Ich habe schon alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Trostum kommt jetzt mal die Benachrichtigung. Voll im Rücken geschossen. Oh, komm, ja. Der nächste. Ha, beide. Ah. Egal, ich bin die Nummer 1. Ja, ich bin die Nummer 1. Aber mal wieder mit denen hier, ne? Supi, dann geht's gleich weiter in der nächsten Runde. Fünfmal Gewinn hintereinander, mit Schwer, könnte ich vielleicht jetzt noch schaffen, da gerade fast nur noch KI spielen. Es ist auch gerade erst 4.40 Uhr. Ab und nach Mittag spielen die ganzen anderen Spieler und dann wird es ein bisschen schwieriger, wenn man nur Spieler als Gegner hat. So ist es noch ein bisschen leichter, aber let's go, nächste Runde. Viel Spaß. Die nächste Runde geht los. Let's go. Bei denen waren wir stehen. Schlechte Stelle gerade hier. Boah, hinter mir war ja auch einer. Die Schweine. Okay, stellen wir uns mal hier hin. Zielen. Und da ist er. So ein Mist. Nein. Nein. Gut, jetzt habe ich alle genommen. Jetzt sind wir mal rein. Und weg ist er. Jetzt sind wir mal runterlaufen. Nur bei ihnen hier. Zack, aber runterlaufen. Bleibt doch stehen. Killing spree. Killing spree. Well done. Das ist jetzt schlecht. Schlecht ausgerätigt. Du hast hier. Was? Was? Fuck. Okay, da hing er gerade so in der Luft. Ah, na gut, okay, ja, dann, aber ich glaube ich hab trotzdem auch noch mitgeronnen. Gut, das war die letzte Runde. Sie war jetzt nicht gerade ganz so gut, aber ich hab dreimal gewonnen. Dreimal gewonnen wahrscheinlich mehr. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Wo sind meine Punkte? Ich bewirr es so schnell. Zweiter. Okay. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017